Die LTE-Testmessungen zeigen lediglich, dass LTE und 4G in diesen Ortschaften bzw. Gemeinden verfügbar sind. Die erreichten Werte sind nicht die maximal erreichbaren Werte. Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.ltemesswagen.de und erkundigen Sie sich dort über einen Partner vor Ort. Die maximal erreichbaren Geschwindigkeiten sind von mehreren Faktoren abhängig, wie zum Beispiel Antennenausrichtung und der Höhe der Antennen, was wir bei unseren Testmessungen in der Regel nicht beachten können. Bestellen Sie doch einfach eine persönliche LTE-Messung bei Ihnen zu Hause. Wir kommen zu Ihnen und zeigen Ihnen, wie schnell und einfach alles sein kann. So, hallo und willkommen auf ltmesswagen.de. Aktuell befinde ich mich in Mittelbibrach, Ortsausgang Richtung Reutlingen. Dann machen wir hier mal die erste Messung. Jetzt blendet die Sonne natürlich etwas. So, 7.700 im Download, 23.800 im Upload. Auch hier in Mittelbibrach ist nun LTE verfügbar. Alle weiteren Informationen auf ltemesswagen.de. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.